Kommt zu einer weiteren Let's Play auf meinem Kanal, nämlich Surferspiel und wir kriegen wieder Schlüsseln und ja, Leute, lasst ein Like-Down, keine Videos mehr zu verpassen, jetzt kommt wieder eine Werbung, yeah, also Leute, lasst ein Like-Down, keine Videos mehr zu verpassen, es kommt echt wieder euch zu und wir holen uns jetzt noch schnell Schlüsseln, ja, jetzt müsst ihr dann die Video anschauen, ich hole mir jetzt gerade Schlüsseln ab und ja, wir schauen jetzt gerade ein Video und wir können auch jetzt gleich schnell resetten, bis gleich und wir haben Spüldose bekommen, okay, okay, so und wir kriegen wieder, jetzt kriegen wir wieder Schlüsseln, yeah, und jetzt geht's los mit, wir haben jetzt bald den Skin erreicht und wir möchten unbedingt den Skin erreichen, heute unseren Skin uns erreichen, heute wird es heute ein bisschen besser, naja, gut, heute werden wir nicht so viel Schlüsseln versammeln und heute werden wir heute ohne, ohne, die Challenge heißt ohne Sterne und da ist der Letzte und da, oh nee, wir müssen heute wieder, ähm, ja, wir müssen wieder Dinge sammeln, wie ich gedacht habe. Oh man, lass dein Like-Down, lass dein Abo da und keine Videos mehr zu verpassen, es kommt echt wieder euch auf, auf zu und let's go mit dem Video und ja, wir haben jetzt unsere Fächer verpasst, die letzten Fächer, die wir jetzt noch gebraucht hätten und wir haben jetzt wieder Boards eingekauft, gestern, übergestern, also, Eieieieiei, warte, ich mach mal kurz das, ja, wir müssen wieder, wir müssen jetzt wieder ein, und wo es gekommen, brauchen wir wieder, ja, müssen wir wieder welches sammeln, ja, ist klar, und jetzt müssen wir das I sammeln, ja, na, das hier dürfen wir nicht einsammeln, das ist jetzt auf der Challenge nicht erwiesen, Eieieiei, heute habe ich einen guten Tag, heute wie einen guten Tag, weil heute ist eher früher Schule ausgewiesen. Ah, das ist immer diese blöden Bacons da, diese blöden Züge, du kannst nicht einfach so groß springen, sonst wärst du runtergefallen. Letzte Fächer, ja, letzte Fächer und wir kriegen den Skin, oh mein Gott, Leute, Ah, ja, okay, jetzt geht aber immer noch weiter mit dem Zehnten. Eieieiei, ich wollte gerade den Board aktivieren, aber das M, okay, ja, aber dann ist das Ding da weg, aber dann habe ich es noch gerade noch bekommen. Eieieiei, ah, oh mein Gott, das war knapp, uiiss, okay, was ist das, das Letzte, das I, okay, dann haben wir die Truhe jetzt erklangen, und wir kriegen die Spühldose, okay. Boah, das war gut, das war gut, das war gut. Heute bin ich richtig in Form. Okay, der erste Fächer. Ha, nichts, ah, ah, nichts mit mir. Ich hab den Board nicht benutzt gerade, den werden wir jetzt einfach mal in Reserve benutzen. Oh mein Gott, das war echt knapp mit einem blöden Balkon, Alter. Alter, mit einem blöden Balkon. Was ist das? Ach komm, das ist ein, äh, ach so. Ach so, das ist ein neues Item, das haben wir jetzt noch nicht bekommen. Ey, das ist im ersten Part, also das ist jetzt wirklich das erste Part, dass wir jetzt diesen komischen, den benutzt haben, das bekommen haben. Damit kann man höher springen, das ist immer das Beste. Na ja, geil, Alter. Ui, uch, uch, alter, lol, das ist einfach das Beste. Ähm, ich muss den Board einsetzen, ist leider so. Ah, ich hab Angst, das ist immer so als Schnelligkeit gestellt. Oh, aber das Sprung-Ding, ja, den Sprung-Ding kann man jetzt jetzt wieder benutzen. Alter, Brung-Sprung. Ui, 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 ui. So, mal wieder einen Stoß. Hm. Also. Ui. Oh mein Gott, das ist einfach das beste Spiel ever. Okay. Uh. Nein. Okay. Kein, oh, Megatruhe. Und? Ah, Mist. Die blöde Truh. Okay. Ist das wirklich ein Skin? Das ist wirklich ein Skin. Ja, aber wir haben den Skin. Das ist nicht wahr. Ich bin gehypt, ich bin gehypt. Ich hab den Skin. Den chinesischen Skin. What the hell? Oh mein Gott, ich freu mich wie der Hölle, Alter. Wir spielen das erste Mal mit dem chinesischen Skin. Ui, ui, ui. Der erste Fächer. Ah, das fährt der Fächer schon. Oh mein Gott. Okay, hoffentlich wird's besser. Beruhigen. Ich hab aber echt nicht hier eingeliehen. Mein Puls ist schon auf 150, Alter. Mein Puls ist schon auf 150. Weil ich bin gehypt, Alter. Ui. Ui, ich bin gehypt. Einfach, Leute. Ich bin einfach glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin einfach glücklich. Ui. Oh, das allererste Skin ist mein. Im letzten Part haben wir den Skin überhaupt nicht in dem letzten Moment genutzt. Nochmal das Gleiche. Was für ein Schuss. Was für ein Schuss. Mist. Oh mein Gott. Das war's. Kann man echt ein bisschen Abkürzung machen? Oh, der fünfte Fächer. Der fünfte Fächer. Hm. Ah, okay. Ach, Mist. Ich bin hingeknallt. Oh Mann, Alter. Brr. Brr. Ja, okay. Oh mein Gott. Hui. Ja, das dürfen wir jetzt benutzen. Das dürfen wir jetzt benutzen. Das ist mir eine Challenge nicht mehr verfügbar. Ui. Ah, das will ich jetzt nicht machen so. Ah, ich brauche den Schuh jetzt nicht auf den zweiten Mal nochmal. Ah, Mann. Nein. Da lang. Ui. Alter, nochmal. Ui. Direkt zur selben Stelle. Oh mein Gott. Das hat gelegt. Weil das blöde Ding da kommt. Oh. Okay, Leute. Bis jetzt noch keine Tausende. Mist. Ja, da war auch... Oh Mann. Okay. Next. Ich habe die Schlüssel noch nicht aufgebraucht. Ich hätte aber nochmal einmal Schlüssel eingebrochen können. Okay. Jetzt wird es wieder besser. Leute. Es war jetzt richtig besser. Aber ich habe ein Skinnetz bekommen. Es muss jetzt wieder gut sein. In dieser Runde. Ach. Das ist zu viel. Zu viel des Guten. Zu viel des Guten. Wir dürfen heute auch keinen blöden Flugstange und auch keinen Sternenrang nehmen. Obwohl wir ja schon 13 von dem haben. Oder wollen wir schon Sterne haben. Und ohne das hier. Also wir könnten den nächsten Part ohne Magneten schaffen. Das wären wir jetzt einfach mal besser. Das wäre mir jetzt auch besser. Da ist wieder diesen Sprung. Dieses komische Sprung. Dieses Flugstangen. Das dürfen wir benutzen. Mein Cheesy. Was machst du? Oh ja. Siebte Fächer. Ach nee. Jetzt haben wir die Drühe verpasst. Das ist jetzt noch nie. Im letzten Bellen noch nie passiert. Ey. Dass eine Drühe verpasst wurde. Aber ich fixe sie nochmal. Mal. Nein. Ah. Es bin mir hingeknallt. Alter. Aber trotzdem mal ein Leben. Nochmal. Aber das ist einfach mal so viel liebend. Äh. Oh mein Gott. Aber wieder dieses komische Ding. Oi 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 oi. Ähm. 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 Okay. Alter. Ist das einfach geil. Okay. Gleich wieder 10er-Range erreicht. Es juckt es bei meinen Haaren jetzt gerade bar. Ach, das ist so kippt-zeichen nicht mehr. Kann man das nicht ausschalten? Boah! Boah! Alter. Was ist denn? Neunte Fächer. Mann! Oh, er ist der Schlüssel! Ach! Okay. Machen wir schon neune. Okay, jetzt haben wir ein Schlüssel verbraucht, das ist jetzt egal. Nein, da verzichte ich, weil ich möchte nicht wieder so froh hüpfen. Ah, Gott. Oh, Mist. Oh, Shitpack. Oh, Späscher! Späscher. Oh, ja, das ist gut. Oh, ja, das geht nicht. Ich glaube, in dem Let's Play kommen wieder neue Items. Glaube ich. Oh, nein! Nee, ich mach das nicht noch mal. Next! Äh, äh. Okay. Also, wir können jetzt einfach mal mit euch reden. Lasst den Like down, keine Videos mehr zu verpassen. Okay, der erste Fäscher. 15. Okay, Chatpack. Hm. Mann, das Dreck. Upsi! Ich wollte gerade das Dreck abmischen, aber ich hab mich gerade selber gestoßen. Aber das wollte ich gerade nicht, weil ich wollte nicht... Ups! Scheiße! Nein! Nein! Acht! Reicht, acht, reicht. Okay, da ist die erste Truhe zum Glück. Ach, das reicht dann mit acht, reicht dann. Dann haben wir dann wieder mehr, mehr mit... Also, jetzt haben wir noch sieben oder acht noch. Ja, acht haben wir noch. Aber, ja. Aber wir werden jetzt nicht mehr alles verbrauchen. Ja, der zweite Fäscher vom Zehn. Hm. Na, nicht wieder auf den Drachen hochhüpfen. Die letzte Part. Auf letzte Part! Mhm. Also... Also, wir könnten nächstens den blöden Drecks, äh, diesen komischen, ähm, Hüpfe-Schuh, ähm, nehmen. Den Hüpfe-Schuh. Den wir jetzt gerade auf der... Erkattert haben, sind, ähm, nach oben gestiegen. Sind nach oben gestiegen. Nee. Ja, der steht nach oben gestiegen, aber... Es ist einfach mal klasse, dass das Spiel ein bisschen besser geworden ist als letzten Part. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Oh! Ist der... Ah, der ist der Fäscher vom Zehn. Ah, ah, na, 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 na. Das haben wir jetzt... Dieses Challenge haben wir immer noch nicht... Die Challenge haben wir immer noch bestanden bis jetzt. Ah, haben die Challenge bestanden. Puh. Ach! Ja, Mist. Eine. Ja, okay. Da werden jetzt, glaube ich, alle. Da werden, glaube ich, alle. Ah, Mist, diese blöde Werbung regt mich auf. Ah, warte, jetzt muss ich es resetten. So. Okay. Okay. 400. 4.000. Okay. Okay, 2. Ach, wir kriegen dann nochmal, weil wir die ganzen Gegenstände eingesammelt haben. Ja. Ist klar. Super. Next. Die vorletzte Runde. Alter, vorletzte Runde mit einem guten Skin. Ich muss jetzt mal schauen, was man für ein Nestle-Skin bekommt. Ich glaube, nur einziehen kriegt man. Oder da kriegt man nochmal pro Woche noch einziehen. Äh, pro Woche einziehen. Wie jetzt am Teuf? Oh. Die Truhe. Hä? Wurde die Truhe eigentlich angezeigt? Das muss ich mal wieder in meinem Video anschauen. Doch, die Truhe wurde angezeigt. Doch, da ist dieser komische Mikrofon rausgekommen. Und dann haben wir jetzt glaube ich... Warum haben wir jetzt denn jetzt alle, alle Gegenstände vollgekriegt? Ja, aber ich habe letztes Mal ohne, äh, Aufnahme ein paar aufgemacht. Da waren zwei Gegenstände drin gewesen, ne? Und jetzt habe ich den schon im Skin... Also ich habe den jetzt schon vollgekriegt, den komischen, ähm, äh, äh, Gegenstände sammeln. Äh, die habe ich schon vollgekriegt. Und jetzt habe ich den schon voll und bin ich schon mit dieser Aufgabe durch. Mit der Aufgabe bin ich schon durch. Also nicht so meinem... Ding. Das Ding mit dem Skin. Ah, 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 ja, ich wollte gerade den annehmen, aber ich habe das jetzt gerade noch gesehen, dass das ein Sternen... Ding war. Aber ich habe es gerade nicht genommen. Ui. 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 Der Pferd, ja? Ah, ich will das nicht machen. Ich will das jetzt nicht. Ich werde das einfach auseinandernehmen und das dann jetzt bis zur... Ach so! Menge, Menge Kohle! Ach, das ist ein Item? Das ist ein, äh, das ist ein Überraschungs-Item. Ja, wie nice! Das ist ein Überraschungs-Item. Nein! Jetzt nicht! Jetzt habe ich den Board aktiviert. War lauter Panik. Ja. Ah, aber geht kaputt. Brauche ich nicht. Ja, zu meinem Board... Mist! Jetzt bin ich in die Knalle, ich bin Idiot! Das läuft nicht mehr besser. Ah, hier oben war der Fächer, aber der Fächer konnte man ja nicht anders kriegen. Hm. Na, nach oben. Nach oben! Nein! Mhm. Hat ich doch gerade noch die eine der Auberer geschafft. Nee. Das nehme ich jetzt nicht mehr an, nicht? Da unten ist abgastet. Kein Wunder. Also... Ah! Überraschungs-Item verpasst. Mist. Schade. Schade, Marmalade. Ja, okay. Das fünfte Item. Eieiei. Eieiei. Okay. Ach, Mist, ich bin auf der... Äh, hä. Ui. Wo ist die nächste Muppe? Ja, nicht die Muppe, aber die Magneten. Mh. Äh. Wie schon. Was schon? Noch mal eine Magneten. Mhm. Oh mein Gott. Yes. Sechste schon. Und dann nach oben. Dann eine Suppe Rolle. Und nach oben. Dann eine Suppe Rolle. Okay. Ja. Uh. Nein. Nein. Das habe ich alle. Nein. Das habe ich alle zwei Challenges nicht beachtet. Ja. Ja. Es ist egal. Es ist mir egal. Mist. Es war lauter Panik. Ja. Ich muss ja Panik. Ich muss mich nicht. Okay. Okay. Die siebte. Okay. Ah. Mist. Ich habe keine Panik bekommen. Und dass wir wirklich auf den blöden Ding hingestoßen. Nein. Dieses Mal nicht. Ich werde es jetzt nicht im blöden Board benutzen. Und in die in die Hölle zu fliegen. Deswegen möchte ich jetzt den Board nicht deaktivieren. Also ob Oh. Eine Waschungsitem. Ach. Hüpfeboost. Hüpfe mehr. Also ein Hüpfe. Ja. Aber dann gibt es eine Gefahr. Ah. Jetzt muss ich den Board aktivieren. Weil der Bein ist abgast. Und das wollte ich gerade nicht machen. Deswegen habe ich es gerade noch abgibriert. Na. Ah. Oh Mann. Ich brauche die Truhe. Danke. Brrrr. Was? Ich habe so viel Geld? Wie? Geil. Geil, du Mats. Naja. Den kann man nicht eins nur einholen. Mist. Ah. Ich kann nicht. Die Stelle ist einfach nur blöd. Die Stelle ist einfach nur blöd. Okay. Ach. Der Fächer schon. Ja. Hoffentlich schaffe ich das. Nein. Okay. Dann nehmen wir jetzt mal den Shitpack her. Nehmen. Alle zwei Challenges verbraten. Schon wieder. Das schaffe ich nicht mehr. Ja. Irgendwann schaffe ich das. Irgendwann schaffe ich das. Kein Wunder, dass ich das schon schaffe. In der Beste. Okay. Da unten war der Fächer. Aber ich kriege den nicht mehr. Das wäre eigentlich unser neunte gewesen. Weißt du was? Jetzt ist mir egal. Jetzt ist mir egal. Ich mache schon das zweite. Ah. Also das zweite ist schon verbraten. Aber egal. Das ist einfach nur der Eifersucht. Wir sind immer noch im Rennen. Wir sind noch im Rennen. Wir sind immer im Rennen. Wir sind immer noch im Rennen. Und wir kriegen jetzt die ganze Kohle. Das ist das Beste, das ich je. Mann. Nein. Haha. Abgewärts. Das war kein höherer Hüpfer. Das war kein. Also das ist jetzt einfach normaler. Das ist jetzt einfach nur ein. Dass man mehr Münzen bekommt. Also mehr Münzen. Also mehr pro Stunde mehr Münzen bekommt. Also dass da mehr und mehr Münzen erstehen. Deswegen habe ich gar nicht gewusst. Dass das wirklich eine Münze. Also zweifelnd. Da muss man mal aufpassen. Das war ein Überraschungsding. Dass man immer noch nicht das gleiche bekommt. Außer, okay. Überraschungs-Item wieder. Und mehr Münzen. Okay. Mhm. Ah Mist. Ach scheiß auf diese blöden, ähm. Blöden. Komischen Zeug hier, ey. Komische Challenge. Mensch, aber das werden wir ja am nächsten Punkt wiederholen. Äh. Hm. Die werde ich nicht verpassen. Super. Oh mein Gott. Wir haben die 200 da geknackt. Ah. Jetzt habe ich die anderen nicht eingesammelt. Die, äh, äh. Magneten. Die Magneten wäre auch von unserem Ziel gewesen. Hm. Ah, das läuft wie geschmiert jetzt. Läuft wie geschmiert. Nein. Oh, Chat. Nein. Oh mein Gott. Chatpack habe ich gerade noch benutzt. Aber ich habe immer so viel Glück. 300er, komm. Ja. Brr. Nehmen wir immer noch Boards übrig. Dann werden wir jetzt nicht verschwenden. Überraschungsitem. Und die kriegen mehr Münzen. Das ist gut. Gut zum Wissen. Und dann müssen es ruhig. Oh. Hose. Okay, die 10. Runger erreicht war. Brrrr. Nein. Falsch. Runter geht's. Okay. Okay. Okay, wir können ja die anderen von oben auch nochmal holen. Und dann können wir auch nochmal holen. Oh Gott. Jetzt. Ich wollte gerade diesen Boot nehmen. Nein. Dieses Mal nichts. Ich bin gut ausgerüstet für den Kampf gegen euch. Überraschungsitem. Überraschungsitem ist ein. Wieder zwei. Ja, da war wieder ein Fächer. Den habe ich aber nicht bekommen können. Mist. Nein. Ah, okay. Tut mir leid. Okay. Okay, Leute. Wenn wir jetzt den zweiten Mal und werden wir jetzt das auch noch schaffen können. Ja. Dann werden wir die vierte noch machen. Zum Finale. Zum letzten Part. Wenn wir die vierte noch machen. Und dann hören wir auf damit. Mit den Münzen zu verkaufen. Das wäre jetzt lieber besser. Und jetzt die zweite Drohung. Oh mein Gott. Was für ein Sturz. Was für ein Sturz. Und der Überraschungsitem da noch dazu. Was? Ein Ports? Ist klar. Nie ist klar. Ein Ports. Okay. Ich habe ein Überraschungsitem bekommen. Und das ist ein Ports. Ja, okay. Ein ganz besonderer Ports. Ei, 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 ei. Jetzt haben wir schon fertig im Verbrauch. Ich verstehe das nicht. Ähm, es geht jetzt immer weiter und weiter, immer weiter bis zum Ende lang. Aber ich möchte nicht, gerade nicht aufhören. Schau mal, wie viele wir jetzt schon auch auf 13 haben. Okay, nehmt die Muppe. Äh, nicht die. Mann! Ey, die blöde. Die, ähm, die Magneten, Idiots. Das Magneten ist das Problem. Das Magneten ist das Problem. Muppe gegen Magneten. Muppe gegen Magneten. Überraschungsitem. Und mehr Gemünzen. Das ist klar. Oh mein Gott, wir haben die 300er. Oh mein Gott, ich mache weiter und immer weiter. Ich kann nicht mal aufhören. Aber es ist auch nicht schneller geworden. Es ist nicht schneller geworden. 14 haben wir schon verbraucht. Wir haben bis 14 irgendwas verbraucht. Oh, es läuft wie geschmiert, Mann. Oh, ein Muppe. Ah, ein Muppe, nicht Muppe. Okay, viertes. Ähm. Ich weiß nicht, was das nochmal heißt. Weißt du, weißt du was? Das reicht mir. Das reicht mir. Okay, das werden wir jetzt wiederholen. Also diese Magneten, meine ich. Das werden wir wiederholen. Das werde ich wiederholen. Bis zum Ersten. Und das werden wir auch nicht wiederholen. Nein. Ich habe es gerade noch gecheckt. Nein. Nein. Sieben kann man nicht machen. Aber. Drops dem. Na guck mal, Radio. Und dann nochmal. Ach so, zweite. Ja, das ist tatsächlich jetzt zweit. Das dritte sogar. Äh, lol. Okay. Das nächste ist eine. Ja, bisschen. Leute, das war es mit der Folge von... Von, äh... Oh ja, wir machen nochmal eine Spielrunde. Ja, okay. Okay. Eine Moppe. Ah. Äh, wir sind, äh, wir sind glaube ich noch nicht am Ende. Wir sind. Die letzte und alles entscheidende Runde. Ja. Äh, ich freue mich, dass ich den Skin jetzt endlich mal bekommen habe. Und wir schauen dann später nochmal nach, was wir für Skins nochmal benutzen. Und wir werden jetzt einfach dieses Sprungding benutzen. Und dann kriegen wir einen Chatpad. Das ist immer das Beste. Wir kriegen den Chatpad. Wir haben jetzt 300 und 200 geschafft. 2.000 und 3.000 geschafft. Das ist so gleich. Und 4.000 haben wir jetzt nicht geschafft. Aber egal. Passt schon. Ach, Mist, ey. Das darf doch nicht mehr sein. Okay, ich mach mal eine Fest auf die Fersen. Der Polizei kann überhaupt nichts. Und der erste Schlüssel macht dann acht. Okay, das achte Schlüssel. Mehr hatte ich eigentlich auch erwartet. Siebte. Sechste nochmal. Oh, überraschungseite. Und wir kriegen einen Brotz. Ja. Oh, shit. Epic. Epic. Ähm. Überraschungseite. Mehr Münzen. Okay. Das ist immer das Beste. Ich glaube, beim Level 13 kriegt man, glaube ich, jetzt den komischen Level. ähm, Level. Glaube ich. Hm. Und den Skin kann man sich nicht selber ändern. Ich glaube, das wird dann, glaube ich, immer, immer selber geändert. Okay, scheiße. Die blöden Challenge. Das ist jetzt der siebte. Puh. Mann. Ich muss jetzt leider diese Challenge abopfern. Ich muss die Challenge leider opfern. Das geht nicht anders. Also mehr Münzen enthalten. Vielleicht kriegt man es nochmal. Alter. Ja, das ist Grund. Dann